Hilfe! 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 Facebook wird ab sofort von den Identitären, Rechtspopulisten und Reichsbürger kontrolliert. Dass diese Personengruppe ohnehin die Lufthoheit über diverse Gruppen und Foren hat, ist ja nichts Neues. Neu ist allerdings etwas anderes, nämlich bislang dachten wir ja, dass für die Zensur eher die als, naja, irgendwie ein bisschen linksextrem gestrickte Amadeo Antonio Stiftung zuständig ist. Doch offensichtlich hat die Hütung der Meinungsfreiheit ein ganz, ganz anderer Personenkreis übernommen. Wer ab sofort Behauptungen aufstellt, wie, dass man nicht Neger sagen darf, oder gar meint, dass Libyer weniger rassistisch als Deutsche sind, der muss mit der Sperrung seines Accounts rechnen. Jahrelang waren es ja eher die Rechtsgerichteten, die der Bannstrahl der Meinungsverbote traf. Nun, nach diesem offensichtlichen Wechsel wird gnadenlos zurückgeschlagen. Stopp! Ich appelliere hiermit an alle, für die Meinungsfreiheit einzutreten und politische Debatten nicht mit Denkverboten, sondern mit Argumenten auszutragen. Ich kenne Sie die Bannstrahl ab und schüttere mich fest, ich habe einen Kind bar mit privaten, aber ich habe ihn nicht mehr festgestellt. Ich kenne Sie die Bannstrahl, die Bannstrahl erhaltig zu sein. Nicht beinahe es, dass wir nicht hier auch nicht mehr festhalten sind, sondern mit der Bannstrahl. Vielen Dank.